jo leute und herzlich willkommen auf unser kanal und ja jetzt heute machen wir ein free gameplay vielleicht kennt ihr das ja wenn auch früher spielt könnt ihr mich einfach oben bs zu psu wie ja ja ich bin so ja 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 Stort. Stort. Und ja! Oh, man, das kann man dir auch. Schöne noch mal. Ja wenn ihr auch spielt könnt ihr mich einfach adden und kann mal zusamspielen und so. Keine Waffen, wenigstens granate. Das ist besser. Ich hoffe da kommt keiner. Aber ich habe keine Waffen und so. Da ist einer. Ich glaube, das ist mir gut. Ich glaube. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich werde immer. Ja mit Auto. Na ja. Ich wollte einen nicht mit Auto überfahren aber egal. Egal. Ich nehme lieber das. Das ist ja alles das gleiche. Passt. 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 Ich war einfach weiter, ich will eine Sterne. Was ist das? Ja man, es tut und da ist ein Kinga. ja er ist auch dort schon mal was er hat ok westen hat er jedenfalls ok passt äh ich glaub jemand war da oder noch kein platz mehr aber egal ich hab jetzt sei passt ne Okay, fiersi. Isto jemand? Geh mal weiter mit mir da. Okay, fiersi. 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 Wird aber egal. Die mach's trotzdem. Was findet man da? Okay. Ne. Okay, fiersi. 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 Warte. 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 4 kills habe ich schon jetzt. sind noch zwölf aber minus 1 ist 11 da oben ist jemand keine richtige sind ja schon tot 5 es sind noch 10 weil vor dem 11 bin ich einer also 10 wo sind die alle man findet ihnen so leicht sie passen nicht warum nicht ja 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 Medikett damit ich mir hier so ich höre mich schnell keine ist mehr es sind noch 8 8 Leute am heben es müssen doch irgendwo sein es sind noch 5 am heben die müssen da ist keiner die 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 Es sind noch zwei, also die müssen da hinten bezeichnen. Es sind noch zwei, also die sind noch zwei. Wo sind die beiden noch hinten? Die müssen doch hinten los sein. Die sind noch zwei, also die sind noch zwei. Und da ist einer mit Auto. Ops, es sind zwei. Ich muss kurz... Leute, ich überfordere mich mit Auto. Ja, Leute. Ich hab's. Ich hab gewonnen. Die Zeit habe ich mit Auto gefahren, sonst mit Waffen. Ja. Und ja, das war's auch dann mit dem Gameplay und so. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, abonniere uns einfach und like das Video. Und wenn ihr wollt, dass ich online mit meinen Freunden und so spiele, könnt ihr in die Kommentare schreiben und so. Oder ihr könnt mir einfach, wenn ihr auch Free Fire spielt, könnt ihr mir einfach oben da folgen. P, äh, P, S, U, V, S, U, V, ja. Und tschau.